Willkommen bei der Tiere-Live-Sprechstunde mit Tipps und Tricks für Ihr Haustier. Heute auf dem Programm Überprüfung der Hautelastizität. Ich bin Dr. Isa Foltin und das ist Icebreaker von Dienau, lebt in der Ketterie vom Saphirsee und ist ein wunderschöner heiliger Birmakater. Die Elastizität der Haut ist ein wichtiges Kriterium zur Überprüfung des Flüssigkeitsgehaltes im Körper eines Tieres, der zum Beispiel sehr reduziert sein kann bei Vorliegen einer Nierenerkrankung oder einer anderen schweren Erkrankung. Die Hautelastizität im Fachjargon Haut-Turgor genannt, lässt sich einfach überprüfen, indem man im Fell des Tieres am besten hier am Rumpf eine kleine Falte bildet und einfach hochzieht. Bei einem gesunden Tier wie bei unserem Icebreaker hier verstreicht die Falte sofort wieder. Wenn die Falte allerdings länger bestehen bleibt oder nur langsam verstreicht, dann ist mit einer Krankheit zu rechnen. Verstreicht die Falte gar nicht mehr, sondern bleibt bestehen, dann ist Anlass gegeben für eine schwere Erkrankung und es sollte sofort ein Tierarzt aufgesucht werden, um den Flüssigkeitshaushalt im Körper des Tieres auszugleichen. Die Überprüfung der Hautelastizität können Sie übrigens nicht nur bei der Katze durchführen, sondern bei jedem Haustier und auch bei sich selbst. Und wie Sie sehen, ich bin gesund und freue mich auf die nächste Tiere-Live-Sprechstunde. Ihre Dr. Isa Foltin und Icebreaker hat sich zu bedennt. Vielen Dank. Vielen Dank.